Ok, in dem Spiel entscheidet sich's, Leute. Was denn? Ob du es schlägt oder bleibst du nicht? Ja, aber in meinem Fall macht euch wirklich keinen Druck. Macht euch keinen Druck, ja. Das bringt noch ein bisschen mehr Spice rein. So, aber ohne Druck? Du sagst das jedes Spiel, ja? Ja, ohne Druck, ohne Druck. Wenn wir verlieren, kein Problem. Irgendwie fühle ich Druck. Du solltest dann vielleicht heute Nacht nicht mit offener Tür schlafen, ne? Ja, das ist ja jetzt ein guter Moment zu sagen, dass ich die Faust hier ruhen habe. Mal was Musikarien habe. Aber gut, dass es keinen Druck gibt, ja. Es gibt keinen Druck. Ok. Und das ist wirklich euer Letztes? For sure. Da müssen wir gewinnen, ja. Ja, komm. Aber warum, Brücki? Weil ich meinem Stream gesagt habe, ich mache heute 6 Stunden League of Legends und ich hasse mich. Weil ich es 6 Stunden gemacht habe. Ich mach nicht mehr. Ich kann dieses Game nicht. Ich möchte es nicht. Ja, wenn deine Support so immer top raumt, dann... Aber jetzt bleibe ich bei dir, Brücki. Das lieb. Hand in Hand. So, wieder da. Willkommen zu... Okani packt sogar jetzt den Melfight aus. Ich will jetzt einfach nur nicht in Game grieven. Er hat eine richtig gute Waffe bekommen. Aber ich habe wieder... Der Typ heißt Talonted und spielt Talon. Ich habe auch kein Glück. Ich spiele auch gegen das Lux-OTP. Also gut, jetzt habe ich Glück, weil Talon Spieler, die... Ne, aber... Richtige Einstellung. Man, das ist TP Talon gegen Melfight. Ich glaube, du bist fein diesmal. Ja, ich... Ich... Ich glaube, du bist fein. Ich will jetzt nicht zu viel Stress. Ne, er wird komplett Goomba-Storm. Mach dir einfach. Ist keinen Druck, Kani. Mach dir keinen Druck. Scheiße, ich habe schon jetzt... Wirklich, ich hatte ihm... Ja? Ne, ne, ich liebe dich. Sag jetzt einfach. Hau raus, sonst... Ne. Ne, sag jetzt. Nicht schwein hinter meinem Rücken. Ich habe im letzten Game immer noch mehr CS als du, Keg. Ja. Ich habe Ash gespielt. Da waren die zwei Marriage Keepers mit, ja? Da kann man nicht lassen mit dem Champ. Ah, ok. Ok. Rookie, sei bereit. Obwohl zwei Power Spike hier. Nice. Not bad. Ich habe leider nicht übers Q geflasht, wie ich das antizipiert... Äh, wie ich das geplant hatte. Hm. Ich müsste vielleicht Nuno-Botline reinrollen. Ach, die haben Nuno? Dann ein bisschen eine Neu-Hang vielleicht. Oh, Fresh ist doch ganz gut gegen Nuno, oder? Ja, weil du so respektiert und landen spürt, ja. Hm. Aber schade. Ey, der Talo... ok, ist wir hier. Ich glaube, der wird gleich Mitte ganken. Wie steht denn die Counter-Gangs? Ich kann die Counter-Gang auf der WP. Warte. Ich bin doch bald fertig. Dann skippe ich Krux. Ja, aber er braucht den rein, die in der Mitte. Ja, ja, ok, dann. Passt. Er könnte auch Mitte gehen. Ich bin, ich bin River. Für beide Links. Nuno spürt Topcrime, denke ich. Er hat die anderen Bot gelischt, aber... Ich würde so gerne rein, aber ich... Wenn der Nuno nass... Ah! Wir sind fast so krank, aber... Kein Flash, ne? Kein Flash, keine Spurship, denke ich. Aber Spurship ist nicht sicher. Spurship ist raus. Warte mal. Ich denke. Nein, du tankst. Ich muss rausflaschen. Nice. Nuno rollt Mitte durch. Ja. Weil das war ja so süß, oder? Ja, dein Combo war richtig süß. Boah, der Solo-Killer. Nice. Ok. Nice. Mit Flash, oder? Hör mich. Hast du die Lux Flash? Äh, Mitte hat Flash. Ja, 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 Flash, Flash, Flash. Richtig außer Atem. Ich hab mir ein Stack für Cannon. Da war ich ein bisschen zu lange noch im Stoppen. Kauf noch beim Champion Trainer hier, oder? Ja, kannst du machen. Ist gut. Ender mit 1. Oh, shit. Der Mitleider hat ein richtiges Problem, ja. Talian, du 6 bist Top-Nin-Free-Kid. Ja. Oh mein Gott, was? Er wurde gerade einfach gesucht, hier. Wait, what? Was ist passiert? Er schaut jetzt auf die Power-Nap. Jetzt. Hm, ich bin schon bei 1.2 hier unten, oder? Hä? Aber das ist Solo-Killer, Wookie. Hier komm. Wait. Es reicht. Okay. Okay. Der wird doch nicht wirklich reset, oder? Ahhhh. Der gestern TP. Na, oder? Ja, oder? Ich hätt's glaube ich nehmen können. Eine Sekunde. Wenn du schneller bin, dann sorgt auch mehr Zeit, ja. Das ist richtig. Die brauche ich einfach. Achso, du lässt unten. Nee, nee, ich will nicht. Komm, ich stirb für die Wave. Ich komm gleich zurück mit den Mobis, ja, Buggi. Das wär lieb. Da würde ich mich sehr freuen. Ah, die Support kann mit sein. Vielleicht. Ich kann mit den Cloudern ganken. Kann doch gleich ein Pinkguard geben. Aber ich denk, die machen Drake, oder so. Hm. Ah, jetzt sollte ich wirklich nach vorne laufen. Ich bin sehr, sehr defensiv. Ich werde einfach gleich über Mitte rüber laufen zur Skaule. Glaub ich nochmal base. Der darf nicht sonst das gleich. Ja, ja. Ich werde jetzt vielleicht Talenzern was sehr dummes machen. Willst du dive? Ja. Ich werde ja nochmal picken. Oh, Alter. Oh, shit. Was? Wie bitte? Was? Nein, alles gut. Entschuldigung. Was hab ich jetzt verpasst? Nee, war das... Wurde ich hier grad beleidigt, oder was? Nein, nein. Er meinte, du spielst super und hast den Dive gut doppelt. Ah, nicht den Dive, aber... Tolkien ist der live, der in der Not zusammenhält. Äh, ja, der ist jetzt missing, aber für die Wave steht Goal. OSS. Ja, es geht schon. Ja, unsere Synergy ist so geil. Okay. Haben wir wohl hier, oder nicht? Ja, der ist irgendwo in den Rüber gehoppelt. Möchte ich mal kurz erwähnen. Also wirklich, wenn er jetzt gleich irgendwann ein Talentschirp, ist das wirklich nicht meine Schuld. Garde. Ja. Ein bisschen früh ins Land dann, maybe? Vielleicht. Oder noch. Aber da müsste so ne gute Gefühl sein, ne? So ne Jungle, die gankst. Oh, das ja. Ja. Kannst du noch kurz mal zweimal Q'en? Okay, warte gleich. Kann ich ihn nicht hier einfach schon Zweller töten? Äh, jetzt kannst du, wenn du wieder Q hast. Ich bin da. Hab ich ihn getroffen? Ja. Ich hab ihn auf jeden Fall geklappt. Ein Jump gegen die Wand gefällt. Gut gebetet. Ja, ich glaub, der spielt den Champion auch einfach nicht so oft. Der Talented bei... Und du kommst zum Rath, kann man denn mit helfen? Kann ich ja. Kann ich. Ich hab keinen Smite. Der Call ging auch an mich, oder? Okay, komm mal. Kann ich ja. Ey. Das ist gar nichts. Kann ich langsam spielen? Rapper von den Busch ziehen? Nice, danke Jungs. Sehr geiles Ding. Warum? Der Talented bei kein Ulti. Aber ich bin unter dem Weg, Pukki. Der kann eigentlich nichts. Hast du, hast du Ulti? Nein, Pukki. Ich kann auch nichts. Nein, der Rapper war super. Vom Rapper bekommst du gut. Ah, Toplane Wave ist ein medium großes Disoster. Pukki, du wirst mir nicht kurz... Wobei, hat er schon wieder Ulti? Ich glaub, er kann mich nicht töten ohne Ulti. Kommt der Nudu wieder? Ja, das ist Honeyfruit, Pukki. Nee, ich möchte keinen Honig von dir. Wollen wir mal resetten? Gerne Honig? Ich möchte keinen Honig heute. Aber du bist so süß. Der wäre schon da, aber dann bitte. Man, wenn ich heiß klinge würde, würden wir gut rummachen. Glaube ich. Ich glaube, wir hätten viel Sex. Man merkt, es ist mittlerweile nach 22 Uhr. Ja, wir hätten viel Sex. Ein bisschen traumatisierend, muss ich sagen. Ja. Oh, I like it. Was darf Panda sagen würde? Wenn der sowas hört. Ich glaub, Panda weiß, dass... ...wurken nicht nur, dass... ...eine Mann alleine zu zähmen ist. Äh, was baue ich hier eigentlich fest? Bitte? Da war zu viel Leidenschaft in mir. Oh Gott, können wir bitte das Thema wechseln? Nein. Nein Leute, ich lerne hier neue Wörter auf Deutsch. Auch für dich hatte ich ein bisschen Leidenschaft mal, Karni. Ich wusste, dass das jetzt kommt, deswegen wollte ich das Thema wechseln. Borki, was mit mir? Ich bin überrascht, aber... Komm jetzt zu dir, Bot-Länderin. Ja, keins verschickt. Oh, hier ist nur noch ein Busch. Äh, die Lux könnte hier gerade hinterher sein. Ah ja, der Talon ist auch Vogelwild. Vogelwild? Gehen wir, oder? Na gut. Ich sehe Mitte nicht mehr. Keine Hand, ja Borki. Keine Hand, ja. Ich mache noch ganz wenige Stacks. Wenn niemand... Okay, Talon top, Talon top. Wenn ich den Ball nicht kläne, kriege ich keinen... Okay. Du, Nuss da? Ich bin der Ballhacker. Ja. Kannst du dich herausländern, maybe? Ich komm einfach mal rein. Ich komm einfach mal rein. Lass uns weiten, lass uns weiten. Ah, maybe. Ich komm, hab Exhaust. Ich hab vor mein Base. Lux ist da irgendwo, ja. ist einfach 71 prozent das war so bitte ich hab mein eh nicht ausgelöst ich glaube wirklich das ist halt und hier oben nicht so viel spaß hat wie fühlt sich das jetzt an auf der tolle ich bin ganz egal greife ich ihn natürlich ich hab's befürchtet dass er aufpasst alles klar wie machen wir das jetzt eine kill die nahe auch nicht okay oh mein gott was ist denn das für damage du soll nicht gleich auf top end runter geworden vielleicht auch noch sprengen ich glaube ich werde verwendet 8 aber 8 reicht mir also 3 2 1 toll der hat kein ult kein flash kann ja oder ne hat nur geultet zu meinem allergrößten bedauern ok 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 sieht doch sehr vortrefflich aus hier das game ich hab gleich ja jetzt wollen wir da noch ein bisschen hat dieser refired hat der sein account verkauft weil der war doch früher war der challenger lux otp und du hast doch du hast auch letztens gegen den inflex hier mal gespielt gehabt habe ich ja aber der ist sehr schlecht ja ja das ist schon aber vielleicht auch so typ also auch so season 11 ist ein gem kann ich mir schon vorstellen als lux ja kann sein kann sein dass er einfach nicht mehr spielt das stimmt ja da gibt es eine neue lux otp ja in diamond 1 der letzte funke der letzte funke der ist krass ja den gibt es aber schon ewig oder ja klar wieder gibt es eigentlich ja ist das greppo ja wenn dann schon oh no da ist finales funkel ein funkeln groß da oben funkelt was ahahahk arme Lux beschäftigt die Divenoras durch? nee 18 uhro способ ich hab mir geliked W της dabei vidéo ob ich eventuell defensiver agiert oah deroticht ится keine Ahnung die Diven jetzt gehenullens warte auf mich ok Ja, das wäre jetzt witziger, wenn die nicht schon 1-6 gestanden wären. Oh, we take it. Boah, ich muss sagen, uns zwei in der... Also, uns zwei bei NNO wäre schon krass, Krepo, muss ich sagen. Hallo? Okay. Kani, kannst du nächste Woche überhaupt? Richtig. Buki ist auch nicht, ja. Der gute Kani spielt Top-Lane für mich. Und dann flamst du hin. Das ist eigentlich egal, was ich spiele oder wie ich spiele. Oh. Ja, dann müsstest du best spielen. Wenn das einfach ein Paar ist safe, dann kann man nichts gegen sagen. Ja. Werker. Ihm besser geht immer. Außer man ist Tolkien. Oh. Nimm ihn doch bitte gleich ganz in den Mund. Oh. 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 Von mir hat dir alles Spaß. Ich stehe ein 0-1. Hier hat überhaupt keinen Spaß. Ich bereue den Emmaus. Speaking Перв on the pivot. Wieso hab ich in Tamis gekauft? Keine Ahmindys. Das ist echt nicht fein. Wolltest du voll Aping gehen oder was? Ich weiß es nicht. Das ist der verwirrte Bild. Ich dachte nicht, dass der Talon echt wirklich überhaupt nichts gegen mich machen kann. Ah, ist es eine Assassine, die nicht gegen einen Tank funktioniert? Shut the fuck up. Oh my god. Sehr wütend, der Mann. Leute, wenn jemand eine Krabber will, ist es bereit. Der Waste to Crab? Nee. Oh, ich wollte noch reden, Broky. Oh my god. Bitte, du flame mich nochmal. Wie ist der? Was passiert hier denn? Ult mal wen? Vielleicht nicht den. Naja. Hier kann man es direkt machen. Ich sehe hier oben die Sibirth nicht mehr. Nein. Hehehe. Beim Seen hätten. Top für mich denken, Top für mich denken. Nein, der Top für mich denken. Team? Ja, wer tankt denn hier noch? Fein ist, fein ist, fein. Super Game. Ist ein bisschen PvE. Ist ein bisschen PvE, aber. Super unbalanced. Ein sehr entspanntes Game, ja. Oh, warum ist der... Thumbs up, ja. Hehehe. 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 Der ist eigentlich Minusfall auf Kayn Brawler's Claw also in der Combo. Einfach W Brawler's Claw damit? Okay. He hann an. Fried, eh, auf Kayn. Mhm. Ist Weg Brawler's Claw bestimmt. Du machst, du flitzt da den Run. dann machst du W, Brawler's Claw, Q. Das ist ein geiler Kombo, ja. Weil dann reduziert die Brawler's Claw die Resistenzen von denen und dann trifft alles. Irgendwie so geht das, glaube ich. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Wissen wir von irgendjemanden save, dass er keinen Flash hat? Was ist denn mit ihm? Großer Brücke 1 fängt, glaube ich. Die war knapp, dass sie nicht mehr hittet. So können wir doch jetzt echt nicht Schluss machen, da war jetzt ein kurzes Profi, ne. Aber er hat zu viel Drück, ja. Die müsste gewinnen heute. Haben wir heute überhaupt schon eins verloren? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Oh, nein. Wir haben fast jedes Geld verloren. Das war der Job. Hä, wir haben... Wir waren voll gut. Wir kennen uns jetzt doch schon ein bisschen, oder? Wir waren voll gut. Aber sind wir nicht immer Gewinne, wenn wir zusammenspielen? Nein, die Bombe vom Minion. Oh, die Bombe. Aber sind wir nicht immer gewinnen? Ist das Beste. Warst du Spawn der Spellshed nicht? Ich war auch... Ja, du hast Brau als Spellshed, ja. What? Ich hab nicht... Ja, ich hab keinem anderen. Oh, der Typ ist ja... Oh, scheiße. Das ist so gut. Wenn du Pike gegen Nocturne oder Civis spielst, dann... Die Brau ist dann immer so die Spellshed. Ist dann meine Ulf? Eine Ulf? Das hätte er, glaube ich... Sie haben zu spät gespellshedet. Du warst schon, glaube ich, aus hier draußen, deswegen. Oh, really? Okay. Also, das... So würde ich es mir jetzt erklären, weil normalerweise müsste das tausendmal brauchen, sonst... Ah, meine Major Sticks. Ich glaube, wenn du drin bist, braucht es Spellshed nicht, doch. Ich dachte, es ist... Ich dachte auch, dass er rechtzeitig gekastet hätte. Ich glaube, es braucht nicht, wenn du drin bist im Gegner, ja. Irgendwie so ist das. Na gut. Wollen wir mit Rotis was machen, oder? Jetzt habe ich aber immer noch keine Antwort von Brügge bekommen. In welche Richtung? So ein kleines Game noch. Du, Kani, Krepo. Ich, ähm... Da hast du jetzt genau die Richtigen aufgezählt, um ihn anzufixen. So eine kleine Romanze. Also... In der anderen Linie. Sei Rackern und wir cosplayen auch? Du wirst all diese Äußerungen auf dem nächsten Event so bereuen, Krepo. Das ist true. Das ist einfach wahr. Mann! Komm! Ja! Warum nicht? Ja, dann. Nein! Aber dann finisher ist es schneller, ja. Ja, okay, okay. Dann finisher ist es ganz schnell jetzt, leider. Das ist ein bisschen zu schnell, glaube ich. Ja. Tut schon jetzt kostenlos, übrigens. Okay, nice. Ah! Du Stück. Ah! Ich glaube, ich werde Melfeld OTP. Ich cure Support Top. Nee! Da war der letzte Finke. Aber dann schnell rein hier, ne? Ich habe hier keine Zeit mehr. Ich bin... Jetzt ist Druck da! Jetzt ist ordentlich Druck da! Was hast du denn danach noch vor, Bröki? Ich bin Bröki! Ich bin Bröki! Oh, da gab 22 LP! Plus 40?! Alter, einfach Aufstieg in Platin 1! Wunder! Scheiße! Wir haben gerade Plus 40 bekommen! Ja, weil... Weil... Bei uns, ich glaube, Kripo und Bröki spielen kaum Flexion. Ja, aber vorhin das andere Games... Ich bin Gold! Ich bin gerade Gold 1! Ja, genau. Die spielen alle kaum Flexion und sind Leute. Wir machen praktisch das, was die Challenger-Spieler abusen in Flexion. Aber... No way, wir hatten von einem Game, wo wir Plus 12 bekommen haben oder so. Das war ein... Aber no way! Wir haben gerade ein Game gespielt, wo wir Plus 12 bekommen haben! Haaa! Ich liebe Tolkien! Ich liebe Tolkien!